Faulhaber Antriebssysteme für Robotik und Automation ermöglichen innovative Anwendungen für den Erfolg industrieller Fertigungsanlagen in vielen Branchen. Prozesssicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz sind die Parameter, an denen der wirtschaftliche Erfolg gemessen wird. Faulhaber entwickelt und produziert hochdynamische und industriegerechte Antriebssysteme, die aus Anwendungen in Robotik und Fabrikautomation nicht mehr wegzudenken sind. Dank der von Faulhaber entwickelten eisenlosen Wicklungstechnik entstehen Antriebskomponenten mit außergewöhnlich kompakter Bauform und hoher Leistungsdichte. Kundenspezifische Modifikationen ermöglichen die optimale Anpassung an die Anwendung. Mit einem umfangreichen Portfolio an Antriebsprodukten und der Anbindung über alle gängigen Schnittstellen bietet Faulhaber Komplettlösungen für die Integration in anspruchsvolle Robotik und Automationsanwendung.